Musik So Leute, guten Tag. Willkommen zum neuen Video auf dem Kanal. Wir haben es heute Samstag, den 29. Januar. Und wir befinden uns heute wieder in Dortmund-Obernette, an der Halsstelle-Obernette. Und haben diese Siemens-Lichtzeichenanlage, das kleine Heuschen da, und mit der Technik gesagt, allerdings Scheidt, also Scheidt und Bachmann, sobald ich gut denken kann, wenn nicht, korrigiert mich. Und Baujahr 96. Dann lasst er noch sein Auto hier durchfahren, und dann reden wir weiter. So, es ist hier eine schöne Lichtzeichenanlage ohne Gong. Dafür mit schönen kleinen Extra-Lichtzeichen für die Fußgänger, denke ich mal. Und ja, hier fährt eigentlich die U47 lang. Nach Westerfilde fährt hier einfach von Dortmund, also von Dortmund fährt ich hier nach Westerfilde, soweit ich weiß, und dann halt von Westerfilde zurück nach Dortmund-Hauptbahnhof, und nach Alpenprag, oder wer das heißt. Und ja, ich habe mich in Dortmund schon mal etwas weiter befunden, und zwar weiter rechts an der schönen Anlage. Ja, und wenn man vom Teufel spricht. Also ja, die Lichtzeichen sind von Siemens. Hier finde ich es ganz cool, dass die das Andreaskreuz da nicht direkt dran gemacht haben, sondern wir nochmal extra aufgestellt haben. Das finde ich ganz cool. Und das wird hier noch, an diesem Tag werde ich heute noch zwei weitere Anlagen aufnehmen. Also eine auf jeden Fall. Und zwei weitere muss ich gucken, ob da überhaupt was fährt. Und da ist die U47 nach Westerfilde. Also da. Und ja, ansonsten gibt es weiter nichts von mir zu berichten. Und dieser Clip läuft jetzt noch zu Ende. Und ich sage dann schon mal viele Grüße aus Dortmund-Obernitte. Die Anlage ist, denke ich, auch signalabhängig. Und ja, die weiteren Clips seht ihr nach dem Intro. Das ist zwar aber merkwürdig. Ich habe dir das kurz, die kurzen Aussetzer von den Lichtzeichen gesehen. Hm. Und ich verabschiede mich jetzt übrigens jetzt schon mal. Das ist jetzt hier die letzte Aufnahme. Danke fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten BÜ-Video, euer BÜ von NRW. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020